Musik Hugo und Mathilda kommen mittwochs gern vorbei zum Schlagzeugspielen und trommeln mit Trommelmeister Kai. Wir üben ganz, ganz fleißig und spielen auch heißen Rock. Da geht es wild daher und plötzlich fliegt ein Stock. 2 und 3 und 4 1, 1, 2, 1, 1, 2, Rettung, komm herbei! Der Hugo hat nen Stock verschluckt und spricht nur dummen Brei. Hey! 1, 1, 2, 1, 1, 2, Rettung, komm herbei! Der Hugo hat nen Stock verschluckt und spricht nur dummen Brei. Ein Schlag noch!